Musik Lieber Gerd, Herr Dr. Hamel, du bist schön willkommen bei uns in der Slowakei und ich möchte gerne jetzt etwas mehr über dich wissen, mit deinem Leben, über Erreignisse, die hat dein Leben und deine medizinische Karriere beeinflusst. Ja, ich war eigentlich ein ganz normaler Arzt vorher, hatte eine Frau, die auch Ärztin war. Wir hatten uns schon als Studenten kennengelernt und mit 22 geheiratet und hatten vier Kinder. Und ich war Internist und arbeitete an Universitätskliniken, aber eigentlich nur, um ein guter Arzt zu werden, nicht um mich zu habilitieren oder so. Ich hatte ein Hobby, das war Patente erfinden. Wenn ich irgendwo in einem Operationssaal war, dann fielen mir gleich zehn Sachen auf, die man verbessern konnte. Und mein Traum war immer, mit diesen Patenten, und das war auch praktisch gerade erfüllt, mit diesen Patenten so viel Geld zu bekommen, dass ich eine Praxis machen konnte, in Italien, in Neapel oder wo arme Leute sind, ohne Geld zu nehmen. Das war mein Traum. Und in diesem Moment, wo sich mein Traum gerade erfüllte, erschoss ein verrückter Prinz, mein Sohn, im Schlaf. Und der hat dann noch dreieinhalb Monate gelebt, mein Sohn, und ist dann also qualvoll nach 19 Operationen in meinen Armen gestorben. War in furchtbarer Zeit für ihn und für mich, ja, für hauptsächlich für ihn, hat fürchterlich gelitten. Und von dem Moment an war ich krank. Ich erkrankte dann an einem Hodenkrebs. Und von da ab habe ich darüber nachgedacht, ob das bei anderen auch so ist, dass die bei einem solchen Schockerlebnis an irgendwelchen Krebs erkranken können. Und ich war damals Oberarzt an einer Klinik, die der Münchner Universität angeschlossen war. Und habe dann mal untersucht und habe festgestellt, dass also bei anderen Patienten das auch so war. Und habe dann 200 Fälle untersucht. Und das war bei den allen so, dass die auch so ein Schockerlebnis gehabt hatten. Und das habe ich dann eingereicht bei der Universität in Tübingen als Habilitation. Und von da ab habe ich also diese, eigentlich diese neue Medizin, hatte ich sie entdeckt. Und von da ab hat das mich auch nicht mehr losgelassen. Und die Sache vervollkommnete sich immer mehr. Und der Widerstand natürlich war auch furchtbar. Ja, diese Entdeckung drehte praktisch die gesamte Medizin auf den Kopf. Und ich habe in deinem Lebenslauf gelesen, dass du auch Physik und auch Theologie studierst. Also kannst du etwas darüber sagen, warum hast du dann nur... Ja, ich habe Theologie studiert, einfach nur um das zu wissen, ob was da nun stimmt und nicht. Und habe da auch Examen gemacht, also Diplom mit 22. Und hatte aber parallel Medizin studiert. Und habe dann anderthalb Jahre später Medizinexamen gemacht. Und hatte aber in der Zwischenzeit dann nach der Theologie auch Physik studiert. Also insgesamt zwölf Semester. Sodass ich also nun wusste, was ist Naturwissenschaft und was ist Medizin und was ist Geisteswissenschaft, also Theologie. Und das hat mir nachher sehr geholfen, weil das ja nun schwierig wurde. Denn die Medizin, die Schulmedizin ist ja praktisch eine Dokumenmedizin. Sie lässt keinen Raum mehr für Überlegungen, dass vielleicht die ganze Sache von Grund auf verkehrt sein könnte. Also ich wäre nur willkommen gewesen in der Schulmedizin, wenn ich eine kleine Sache entdeckt hätte, wie man die bisherige Schulmedizin ein bisschen verbessern kann. Ja, vielleicht ein neues Medikament oder ein Apparat, so wie früher das Hamer-Skalpell, was 20 Mal so scharf schneidet wie ein normales Skalpell. So etwas ist schön und gut, wäre schön und gut gewesen. Da habe ich auch nie Probleme gehabt, wissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen, ja, über Hamer-Skalpell oder Knochensäge oder so. Aber wenn man dann etwas entdeckt, was die gesamte Medizin, Dokumenmedizin, muss man sagen, auf den Kopf stellt, weil es plötzlich wissenschaftliche Medizin ist, also naturwissenschaftliche Medizin, dann hat man in der Medizin keine Freunde mehr. Ich musste auch sofort, ich wurde sofort vor die Alternative gestellt, in dieser Klinik, in der ich als Oberarzt arbeitete, entweder sofort abzuschwören oder die Klinik zu verlassen. Ich habe dann gesagt, ich kann nicht abschwören, ich verlasse die Klinik. Und ich habe gehört, dass auch in Koblenz hast du eine Klinik vorher und auch in Österreich war ein Zentrum für Neu-Medizin. Sind deine Ideen verbreitet schon auch in anderen Ländern? Wie ist die Situation heute? Die Ideen sind zwar verbreitet, das stimmt, weit verbreitet sogar, also es gibt viele tausend, hunderttausend sicherlich Bücher und alle möglichen Filme und hauptsächlich auch negative, natürlich in der Presse, Rufmordartikel und Rufmordsendungen und so. Aber es wurde mir nie eine Klinik gestattet. Die Behörden haben immer irgendeinen Grund gefunden, eine Klinik von vornherein abzulehnen. Ja, und das, man kann heute gar nicht mehr unterscheiden zwischen Staatsbehörden, Staatsgerichten, Staatsmedizin. Das ist jedenfalls in Deutschland, Österreich und Frankreich, Schweiz, überall das Gleiche. Und ich erinnere an einen Ausspruch dieses, einen Menschen da, den wir getroffen haben, der sagte, was wollen Sie eigentlich hier, wir sind Schulmedizin und wenn Sie doch gegen Schulmedizin sind, was wollen Sie hier? Es ist so, dass wenn man die ganze Medizin wissenschaftlich auf den Kopf stellt, dass man natürlich dann auch die Besitzstände auf den Kopf stellt. Ich meine, ein Professor, der jetzt Professor für Onkologie ist, der ist anschließend Professor für Unsinn, ne? Er ist kein Professor mehr, für Blödsinn ist der Professor, ne? Darum wahrscheinlich, dazu noch kommen wir. Jetzt möchte ich wissen, wie war mit deiner arztlichen Zulassung, weil die war entzogen in Deutschland, habe ich gehört. Kannst du ein paar Wörter dazu sagen? Also die Sache ist so, seit 17 Jahren läuft dieses Habilitationsverfahren an der Universität Tübingen. Und die haben das schon mehrmals ablehnen wollen, aber das Gericht hat das nicht zugelassen, weil sie auch Formfehler gemacht hatten, aber auch, weil ich immer argumentiert habe, sie haben das ja nicht geprüft, sondern sie sagen einfach nur, das ist nicht Schulmedizin und wird abgelehnt. Und das geht nicht. Und so läuft dieses Habilitationsverfahren ein makabrer, trauriger Rekord in Deutschland seit 17 Jahren. Und 1986, also vor zwölf Jahren, hat man mir die Approbation entzogen, buchstäblich wegen Nichtabschwörens der neuen Medizin und mich nichtbekehrens zur Schulmedizin. Und alle paar Jahre bekomme ich dann wieder ein Rever vorgelegt, das ich unterschreiben soll, dass ich abschwöre. Dann dürfte ich wieder praktizieren. Und das kann ich natürlich nicht. Und so habe ich seit zwölf Jahren Berufsverbot. Es ist praktisch lebenslängliches Berufsverbot gewesen. Und wie gesagt, ich dürfte nur wieder praktizieren, wenn ich abschwören würde. Und du weißt ja, wie das dann weitergelaufen ist. Inzwischen bin ich wegen dreimaligen Sprechens über die neue Medizin mit einem Patienten, unentgeltlich, also ohne Geld zu nehmen, im dreimaligen Sprechens über die neue Medizin, ein Jahr im Gefängnis gewesen. Kann ich etwas mehr darüber hören, wie war im Gefängnis, aber wie kamst du in den Gefängnissen, wie war dieses Gerichtsurteil, also im 20. Jahrhundert? Ja, das wird man später gar nicht mehr glauben. Also ich habe dreimal mit einem Patienten, mit einem verschiedenen Patienten, über die neue Medizin unentgeltlich gesprochen, so wie ich mit dir gesprochen habe oder mit einem Menschen in der Eisenbahn oder in der Straßenbahn. Und nun gibt es in Deutschland ein sogenanntes Heilpraktikergesetz. Und mit viel Kunstgriffen der Justiz kann man das so auslegen, dass man, wenn man bösartig ist, dann kann man sagen, also wir sehen ein unentgeltliches Gespräch, eine Information über neue Medizin als Beratung, als unentgeltliche, kostenlose Beratung an. Und dann kann der Richter, wenn er noch bösartiger ist, sagen, ja und diese Beratung, die sehe ich einfach als Behandlung an. Und auf einmal ist aus den drei Informationen, den unentgeltlichen, sind plötzlich drei Behandlungen geworden. Und dann heißt es so, und behandeln darf er nicht, weil er ja die Approbation entzogen bekommen hat. Und dann bin ich dafür ein Jahr im Gefängnis, über ein Jahr im Gefängnis gesessen. Und wenn ich morgen nochmal mit jemandem über neue Medizin spreche in Deutschland, dann komme ich wieder ein halbes Jahr ins Gefängnis. Und es ist nun so, dass das Makabre ist es ja, Gewissensgründe werden grundsätzlich von der deutschen Justiz nicht respektiert. Und eine Justiz, die Gewissensgründe nicht respektiert, also ich will es mal näher ausführen, Gewissensgründe sind ja, wenn die Sache ja richtig ist. Und wir haben ja festgestellt, durch eine naturwissenschaftliche Prüfung an nächstbesten sieben Fällen, und du hast es ja mit unterschrieben, dass es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit richtig ist, wenn also eine Sache richtig ist, die eine 95-prozentige Überlebensrate verspricht, seriöserweise verspricht, gegenüber derzeitiger 98-prozentiger Mortalität bei Krebstherapie, wenn man also sagt, ich kann das von meinem Gewissen nicht verantworten, einem armen Teufel nicht zu informieren, ihm nicht zu sagen, was denn die neue Medizin ist, wenn ein Gericht solcher Gewissensgründe nicht respektiert, und wenn ein Gericht auch gar nicht wissen will, ob das denn richtig ist, sondern geradezu verboten hat, das zu untersuchen, und wenn ein Gericht stattdessen den Angeklagten nur zwangspsychiatrisieren will, was man über 60 Mal mit mir versucht hat und vielleicht etwa 10 Mal gemacht hat, und schon vorher festliegt, dass der Angeklagte für verrückt erklärt wird, wegen Realitätsverlust, das heißt, wenn eine Million A glauben und einer sagt B, dann ist der B verrückt, der der B sagt verrückt, so einfach ist das, und vor allen Dingen wird diese Psychiatrisierung durch meine Gegner vorgenommen, also meine wissenschaftlichen Gegner dürfen sagen, der Mann ist amtlich verrückt. Das ist wie schlimmer noch als im Mittelalter. Im Mittelalter wusste jeder, dass das also eine schlimme Sache ist, und dass das alles, also die Inquisition, so furchtbar war, aber heute sieht sich das alles so an, als wenn das alles demokratisch wäre, rechtsstaatlich, also solch eine Justiz, die sowas macht, die kann ich nur als Nazi-Justiz empfinden. Bei uns war bekannt einige psychiatrische Fälle, oder viele Fälle in Russland, wo macht man das als Methode gegen einige Gegner, Gulag und so weiter, aber das jetzt, heute in Deutschland, also das ist schockierend für uns auch. Ich würde noch fragen, was für eine Medien, die immer nur gegen dich, also gibt es kein einzelnes Zeichen, oder Zeitung, oder Journal, die würde etwas positiv, weil das scheint mir absurd, dass alle sind nur so einseitig. Das habe ich mir früher auch nicht so, nicht vorstellen können, Josef, wirklich nicht. Aber du musst vorstellen, dass die Pharmakonzerne, Konzerne, und die Medien, und die Banken, und alles, gehört den gleichen wenigen Leuten, in Deutschland, den Parkkapitalisten, Superkapitalisten. Und diese Superkapitalisten mit den Kreisen, die hinter ihnen stehen, ideologisch, für die würden gewaltige Einbußen entstehen, wenn nun plötzlich diese ganze Chemo nicht mehr nötig wäre. Derzeit bringt ein Patient, der 98% von ihnen werden ja umgebracht, praktisch durch die Therapie, sogenannte Pseudotherapie, im Grunde Pseudotherapie. Und jeder Patient bringt zwischen 300.000 und 500.000 Mark in die Kassen bei dieser Chemo-Pseudotherapie. Und in der neuen Medizin würde der vielleicht noch vielleicht 5.000 oder 10.000 Mark kosten, ne? und er könnte weitere 30, 40 Jahre leben. Und das ist so grauenhaft, so schlimm, der Professor Beck, der Nestor der Deutschen Professoren für Geschichte und Naturwissenschaften in Bonn, er hat gesagt, das wäre das grausigste und schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte, was hier vor sich geht. Ich bin überzeugt darüber, dass das der Fall ist. Und das kann nicht, ne? Die Gerichte, die Gerichte, die stecken auch mit denen unter einer Decke, ja? Die, die Richter sind bei uns praktisch alle Logenrichter, ja? Und die Freimaurer, Logenrichter. Und diese Freimaurer, Logen, sind auch die, die die Pharmakonzerne besitzen, die Banken besitzen, und so weiter. In der Spitze halt, die Logenmeister, ist ja nur immer einer, der was zu sagen hat in solch einer Loge, nicht? Und die Richter sind also auch Logenbrüder und kriegen von oben gesagt, was sie zu tun haben und der Prozess ist schon vorher entschieden, bevor er überhaupt noch angefangen hat. Ja, also meine letzte Frage in dieser ersten Runde, also, also neugierige Frage, wie war im Gefängnis? Ein Jahr solche intellektuellen, kreativer Mensch im Gefängnis. Was hast du dort gemacht? Das Gefängnis war furchtbar für mich. Du musst dir vorstellen, wenn du abends eingeschlossen wirst, wie ein Kaninchen, ja, im Stall, und diese Demütigung, die darin liegt, dass du für dreimal informierend, nach bestem Wissen informierend, kostenlos informierend über neue Medizin im Gefängnis eingeschlossen wirst und das noch Schlimmere war, dass ich tagtäglich damit rechnen musste, dass man mich zwangsweise an Händen und Füßen gepackt, gefesselt in die psychiatrische Klinik geschleppt hätte, wo ich dann mit Sicherheit für verrückt erklärt worden wäre, was der Psychiater schon vorher verkündet hat, weil ich nicht abschwöre. und das Gefängnis selbst wäre sonst nicht so schlimm gewesen. Ich habe ja auch da gearbeitet und habe herausgefunden, zum Beispiel, wie die normalen Straftaten, die üblichen Straftaten, wie die funktionieren, wie die zustande kommen. Da habe ich ein Kapitel in meinem neuen Buch, man möchte es eine neue Medizin, ja, ist ein Kapitel über die spontanen Straftaten. Mit denen habe ich mich sehr gut verstanden, das waren alles Verbrecher, Mörder und Vergewaltiger und Kinderschänder und alles durcheinander und Wirtschaftsverbrecher, alles durcheinander ist da. Ja, neben mir war eine, in der Zelle war einer, der hatte zwei Menschen umgebracht, ja, und sind trotzdem alles Menschen gewesen. Ich habe dann, war ich allerdings im Gefängnis, war ich dann in dem Gefangenenparlament Protokollführer und habe dann festgestellt, dass im Grunde überhaupt die Gefangenen wirklich für dumm verkauft werden, indem nämlich in Deutschland man das umgedreht hat von dem früheren B-Wiesen hat man einen Buchstaben nur oder zwei Buchstaben geändert und hat daraus R-Wiesen gemacht. Und das R-Wiesen, das heißt nun, dass der Richter das subjektiv sagen kann, für mich gilt das als erwiesen und der Staatsanwalt braucht gar nichts mehr beweisen. Man kann also wegen einem Huster kann man für fünf Jahre Gefängnis verurteilt werden und der Richter kann das frei entscheiden, sagt er, ich sehe das als erwiesen an und fertig. Früher war ein Angeklagter so lange unschuldig, als wie man ihm etwas nicht bewiesen hatte. Heute ist er von Anfang an schuldig und er soll seine Unschuld beweisen. Das kann er aber aus dem Gefängnis gar nicht und der Richter sagt dann einfach, ich nehme den Beweis nicht entgegen. Genau wie der Richter den Beweis der Richtigkeit der neuen Medizin einfach nicht entgegengenommen hat, obwohl es dafür 50 oder noch viel mehr Gutachten inzwischen gibt. Und er sagt einfach, ich nehme den Beweis nicht entgegen. Du kannst dann gar nichts machen. Du bist wehrlos. Du bist eine Diktatur, die nur nach außen den Schein des Rechts hat, aber das ist noch viel gefährlicher als eine Diktatur. Bei Stalin wusste man, das ist ein Verbrechen. Bei Hitler wusste man, das ist ein Verbrecher und das ist ein Verbrechen. Und bei dieser Art Diktatur, dieser Logen Diktatur, ist grauenhaft, weil alles hinter den Kulissen passiert. Und die Presse hat nur unisono gebrüllt, Wunderheiler Scharlatan, sperrt ihn ein, brüllt ihn nieder, macht ihn fertig, schlacht ihn tot. Und alle haben das Gleiche gebrüllt. Wortwörtlich alle das Gleiche. Die gesamte Presse, die ja auch den gleichen Leuten gehört, hat das gebrüllt. Und du hast überhaupt keine Chance mehr in Deutschland. Jetzt werden wir eine Chance haben. Zusammen und meine Frage jetzt zu Schumessen. Kannst du ein bisschen über diese fünf Gesetze etwas sagen, ein bisschen erklären? Ja, also diese fünf Naturgesetze, die es in der neuen Medizin inzwischen gibt, von mir entdeckt, sind echte biologische Gesetze, Naturgesetze. Und das habe ich das ja miteinander erlebt. Wir haben dann nächstbeste sieben Patienten, die irgendwoher von der Klinik kamen, haben wir untersucht und wir haben festgestellt, dass diese fünf biologischen Naturgesetze immer gestimmt haben und ihr habt ja freundlicherweise das auch redlicherweise attestiert in einer Urkunde. Die Sache ist so, in die Schulmedizin, da gibt nur Hypothesen und Statistik, das gehört immer zusammen. Das weißt du ja als Mathematiker, wenn man nur Hypothesen hat, dann macht man Statistik und dann versucht man da irgendwie eine Signifikanz rauszurechnen. Deshalb in der Schulmedizin gibt es keine Fakten, die du nachprüfen kannst, sondern es gibt nur Annahmen, Vermutungen, Hypothesen und mit so und so viel Wahrscheinlichkeit. In der Schulmedizin hatten wir Krankheiten einfach nur nach Symptomen geordnet, nach körperlichen Symptomen geordnet und hatten die Symptome abfragbar in Lehrbücher geschrieben. Also die und die Krankheit hat fünf Symptome, die mussten wir auswendig lernen und die Therapie besteht in drei Möglichkeiten, die mussten wir auch auswendig lernen. Aber wenn wir einen Professor gefragt hatten, woher kommt denn das? Das wusste er nicht. Das wusste niemand in der Medizin. Und in der neuen Medizin ist das nun völlig anders. Wir diese fünf Naturgesetze ermöglichen uns, wie du ja selbst erlebt hast, dass wir ursächlich eine sogenannte Erkrankung verstehen können. Diese Erkrankung nennen wir nicht mehr Erkrankung, sondern ein Sonderprogramm. Wir hatten früher in der Medizin 500 kalte sogenannte Krankheiten und 500 heiße sogenannte Krankheiten. In der neuen Medizin haben wir jetzt gelernt, dass das alles zweiphasige geschehen sind. Zuerst eine kalte Phase und dann eine heiße Phase, sodass wir nur noch die Hälfte dieser sogenannte Erkrankung haben. Diese sind aber zweiphasig, also nennen Sonderprogramme. Und das Besondere ist, dass diese Sonderprogramme sinnvoll sind. In der Schulmedizin war alles bösartig, Entgleisungen und Pannen und da musste der Doktor dann dagegen kämpfen und mit Antibiotika und mit Bestrahlung und Chemo und weiß was ich alles musste er die bösen Feinde bekämpfen und man nannte das immer bösartig. Krebs war bösartig und Mikroben waren bösartig und alles mögliche war bösartig und der Arzt musste also diese Bösartigkeiten der Natur bekämpfen. Das war totaler Unsinn. Denn wir sehen jetzt in der neuen Medizin dass diese Sonderprogramme allesamt biologisch sinnvoll sind sie natürlich schließen sie diese moderne Zivilisation nicht mit ein ja also ein Hirsch hat sein Revier das ist ein bestimmtes Waldgebiet das ist sein Revier nun der Mensch hätte auch solch ein Revier normalerweise nicht seine Großfamilie und das wäre sein Revier und nun soll er plötzlich empfinde er das Auto als sein Revier oder eine Mietwohnung von zweieinhalb Zimmern empfindet er als sein Revier und lauter Revier Hirsche in so einem Hochhaus 500 Stück das gibt es im Wald nicht sondern innerhalb dieses Reviers ist der Hirsch der Einzige und dann ist erst das Nachbar Revier da kümmert sich gar nicht drum und diese archaischen Programme sind also eigentlich für eine Steinzeit gemacht da passt unsere Zivilisation nicht hinein aber ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht es läuft eben so und wir reagieren ohne dass dass wir das ändern können immer in dieser steinzeitlichen Weise mit diesen archaischen konflikten also verhungerungskonflikt oder todesangst konflikt oder konflikt um den brocken den brocken nicht zu fassen kriegen den brocken nicht runterschlucken können den brocken nicht verdauen können und so weiter und so fort ja oder auch trennungskonflikte oder revierkonflikte oder sexuelle konflikte und so was mehr nicht diese ganzen biologischen konflikte mit denen reagieren wir und das sind eben keine psychologischen konflikte sondern biologische konflikte sind bei jedem tier und bei jeder pflanze im grunde analog also eine pflanze hat andere konflikte aber analog läuft das ab beim tier sogar sehr analog also fast ähnlich wie bei menschen auch sehen wir beim säugetier zum beispiel an der gleichen stelle des gehirns dann diesen hamuschen herd der ausdruck ist dieses konfliktes auf cerebraler ebene auf gehirnebene also bei uns ist dieses ganze geschehen immer drei in drei ebenen oder drei etagen psyche gehirn und organ und diese diese drei ebenen laufen nur synchron also das was in der psyche passiert passiert in derselben sekunde auch im gehirn und derselben sekunde auch am organ und wenn wir das organ betrachten dann wissen wir schon genau aha jetzt müssen wir im gehirn das und das finden und in der psyche das und das finden oder wenn wir das gehirn sehen dann sagen wir aha guck mal das gehirn sieht so und so aus also muss das in der psyche im moment so und so aussehen und an dem organ muss das so und so aussehen wir können also nun mit diesen drei ebenen und mit diesem verlauf und dass das alles synchron ist können wir gut arbeiten und mit diesen naturgesetzen und haben nun bei jedem fall praktisch so etwa wie wir ja uns gestern überzeugt haben etwa 100 fakten die wir abfragen können nicht bei jedem patienten nur sondern bei jeder sogenannten erkrankung oder wir nennen das ja sonderprogramm also wenn ein patient zum beispiel ein Brustkrebs hat und hat Lungenrundherde und Knochenherde dann hat er schon drei so genannte Erkrankungen oder Sonderprogramme in unserer Sprache und dann können wir schon 300 solche Fakten abfragen ja etwas etwas präziseres hat es seit Menschengedenken niemals in der Medizin gegeben weil es ja nie eine naturwissenschaftliche Medizin gab sondern immer nur diese Hypothesen Symptommedizin die ihm dachte wenn da irgendwo ein Tumor wächst da muss man den wegschneiden also zum Beispiel eine Mutter die ihr Kind vor Unglücken sieht die da wächst dann ein Tumor wenn sie Rechtshänder ist in der linken Brust und wir dachten immer das ist sinnlos da müssen wir wegschneiden in Wirklichkeit war das aber nicht sinnlos sondern das Kind bekam dann doppelt so viel Milch um schneller wieder gesund zu werden und wenn man also ruhig abwartet und weiß was da passiert dann weiß man auch dass nach dieser Lösung des Konflikts wenn das Kind als wieder gesund ist dass dann dieser Tumor von alleine tuberkulös verkäst das hast du ja auch gehört dass der verkäst tuberkulös und dann abgebaut wird und dass die Mutter anschließend keinen Tumor mehr in der Brust hat wenn sie auch keinen mehr braucht denn das Kind braucht ja jetzt nicht mehr Milch als als nötig ist so und und das ist der besondere das besondere Unterscheidung aufgrund der Naturgesetze dass wir nun wissen wie das läuft wie das weiterlaufen wird warum es so gelaufen ist und so weiter und so fort und dass wir das als sinnvollen Prozess ansehen können weil wir das eben verstehen und und dass wir auch gar keine Panik das ist noch nicht gelöst und dann das läuft das jetzt so weiter kann man denn den Konflikt lösen oder ist er eben schon gelöst und wie gesagt 95 Prozent und mehr überleben das ich war überrascht mit deiner sehr positive ethische und menschliche geduldsame Haltung zu Patienten ist das immer in Neumedizin und muss ein Arzt in Neumedizin mehr wissen oder als klassischer Arzt oder weil diese Neumedizin scheint nicht so kompliziert dann wahrscheinlich muss er nicht so viel wissen du hast das ja miterlebt wie wir diese Patienten umfragen da und die Neumedizin hat ein ganz anderes Verständnis von Arzt und Patienten bisher gab es die Chefärzte und Oberärzte und Generalsoberärzte oder was weiß ich die waren die Herrscher und der Patient war der kleine Untertan der zu dumm war die ganzen Medizinbücher zu kennen und deshalb hieß es bin ich der Arzt oder sind Sie der Arzt also Sie haben doch keine Ahnung also halten den Mund Sie kriegen jetzt die und die Medikamente oder die die Spritzen und fertig Schluss keine Widerrede in der Neumedizin ist das ganz anders da ist der Patient der Chef des Verfahrens ja wir sind nur seine treuen Diener ja so wie früher mal die preußischen Könige die Diener ihres Volkes sein wollten so sind wir in viel stärkerem Maße noch die Diener unserer Patienten und Helfer und Ratgeber aber Chef bleibt der Patient selbst und äh wieso sollten wir nicht geduldig sein als als brave Diener unseres Chefs äh wir wollen ihm ja helfen wir wollen ihm herausfinden was er für einen Konflikt hatte und wie der gelaufen ist und so weiter und so fort und wir wissen vor allen Dingen ja dass das so sein muss also du hast das ja miterlebt welche ungeheuerliche Dramatik da lag bei diesen Patienten äh wo wir eine ganze Stunde gefragt hatten und äh es musste etwas mit dem Herzen mit dem Herzbeutel genauer gesagt gewesen sein und äh der war nun schon sehr alter Patient 75 und ich habe ihn dann eine Stunde lang gefragt ob er den Herzbeschwerden gehabt hätte ob er Angst vor seinem Herzen gehabt hatte oder vielleicht bei der oder dem Bruder oder der Mutter oder der Oma oder oder dem Hund oder irgendeinem oder ob irgendwas mal gewesen hat immer gesagt nein er hat gar nicht gar keinen Konflikt mit seinem Herzen gehabt und alle waren schon verzweifelt und der Professor Yoga der wollte ja schon also aufstehen und sagen nun lassen sie es doch es ist doch nur ein Quatsch also was sollen sie ja noch weiter fragen wir fragen jetzt schon eine Stunde nach dem Herzen und das ist doch nur Quatsch es ist doch sinnlos und dann auf einmal kam da etwas heraus was ja also das hast du ja miterlebt ne dass er dann plötzlich erzählte äh ja dass ihm der Nachbar nachts als der Nachbar Gänse klauen wollte und er rausgegangen ist nur mit in der Badehose wie er in die Axt äh hier äh links seitlich also fast um ein Haar ins Herz geschlagen hatte so einen Zentimeter vorher noch stecken geblieben äh durch die Rippen durch und durch die Lunge durch äh und das war der schlimmste Herzkonflikt den man sich überhaupt vorstellen kann mit der Axt ins Herz geschlagen zu kriegen oder bis ans Herz geschlagen zu kriegen und äh und alle haben gedacht der Dr. Hamer ist ja stur dass er immer weiter fragt nach dem Herz-Konflikt nicht das ist ja inzwischen der Witz hier die Story in Tirnava und Bratislava dass der der Hamer so stur war und immer weiter gefragt weil er sich sicher war da muss was gewesen sein ne und so wissen wir das heute und können wirklich gezielt fragen und wissen da muss was gewesen sein es kommt auch manchmal vor dass der Patient das einfach nicht sagen will wenn es was Peinliches ist wenn es um Ehebruch geht oder irgendwas Peinliches nicht dann dann sagt er nichts gibt es auch mal gelegentlich und noch was äh wollte ich sagen von wegen ob der Arzt in der Neumedizin nun mehr können muss oder weniger der der Arzt in der Neumedizin muss viel viel mehr können als der bisherige Arzt ähm sie mal dass die Krönung unserer Ärzte war wenn einer Spezialist war und ein kleines ganz kleines Fachgebiet gut konnte ja und ähm nun wir Ärzte in der Neumedizin wir müssen alle Fachgebiete sehr gut können auf organischer Ebene dazu müssen wir die Psyche sehr gut kennen wir müssen unsere Hirntomogramme sehr gut kennen das hast du ja miterlebt wie wichtig das ist und wie genau wir alles das kennen müssen wir müssen also die gesamte Klinik äh beherrschen auf jedem Fachgebiet und dazu noch die zweite und dritte Ebene oder die erste und zweite Ebene je nachdem also die Psyche und das Gehirn die mindestens genauso schwierig sind wie diese organische Ebene so und dann erst fängt es an wenn wir das alles kennen damit zu arbeiten kriminalistisch und wenn wir das auch können dann kommt es noch darauf an ob der Arzt Charisma hat ja ob er wirklich ähm ein Charisma hat dass er da dem Patienten wirklich helfen kann ja auch wenn er alles weiß und da sitzt er davor eventuell und er findet zwar alles aber der Patient der kriegt zu ihm keinen Kontakt dann nützt auch nichts ja und bei dieser bei diesen Voraussetzungen können wir höchstens jeden hundertsten Arzt gebrauchen ja und es gibt es nicht mehr bei uns dass wir da mal also Spezialisten haben der eine versteht nur was von Gynäkologie der andere nur was von Ohr und der dritte nur was von Auge und der vierte nur von das wir müssen alles können wir müssen nicht alles operieren können zum Beispiel oder so das nicht aber wir müssen alles wissen und beurteilen können und mit diesen anderen Ebenen in Zusammenhang bringen können über Chemotherapie und äh Strahlung also manchmal spricht man das damit kann man Patientleben verlängern äh zum Beispiel äh große Sänger die hat Leukämie hat große Propaganda Konzepte und so weiter du hast gesagt dass du gibst diese nur diese Medikamente oder Therapie du würdest du für sich und seine Familie verordnen also kannst du etwas dazu sagen warum diese also also es ist so äh da werden immer solche solche Erfolge aus dem Hut gezaubert es gibt kaum einen Menschen der nicht mal einen Selbstwerteinbruch hat das sehen wir dann daran dass die Leukozyten steigen und äh wenn man dann eine eine Sternalpunktion macht oder eine Beckenkampunktion macht dann sieht man jetzt hat er gerade eine Leukämie das ist normalerweise überhaupt was völlig häufiges und gar nichts Schlimmes überhaupt das ist nach ein paar Wochen wieder weg und nun werden dann irgendwelche so Vorzeigepatienten da präpariert und da heißt es ja die haben Chemo gekriegt meistens haben die nur irgendwie symbolisch ein paar äh äh Tropfen Chemo gekriegt und die werden ja als Reklamefälle benutzt äh Leukämie ist was total harmloses äh ich kenne 500 äh noch mehr Leukämie Patienten keiner stirbt da dran wenn er nicht in Panik gesetzt wird und wenn er nicht Chemo kriegt und diese Chemo Pseudotherapie hat eine Mortalität eine amtlich festgestellte Mortalität von 98 Prozent nach dem Standes nach der Standesamtsstatistik sind nach fünf Jahren 95 Prozent tot und nach sieben Jahren sind 98 Prozent tot das ist die amtliche Standesamtsstatistik in der neuen Medizin überleben 95 Prozent das haben wir sogar jüngst fest amtlich festgestellt bekommen in dem die Staatsanwaltschaft in Österreich also unser Zentrum in Burgau gestürmt hat und hat unsere Computer erbeutet und hat da 6500 Adressen von Patienten gefunden die also alle im Zentrum gewesen waren äh in Österreich gibt es ja das Heilpraktikergesetz nicht also da ist es nicht verboten über neue Medizin zu sprechen und es waren eben auch Ärzte da mit denen man da sprechen konnte und von diesen 6500 Patienten hatten 6.000 überlebt das sind also über 90 Prozent ja und das hatten wir selbst nicht vermutet dass so viele überleben würden weil die ja alle schon vorbehandelt waren und aber wir wissen bei den Tieren überleben auch 80 bis 90 Prozent ohne jegliche Therapie ja bei diesem Sonderprogramm ist ja auch eine Therapie die weitgehend nicht nur überflüssig sondern sogar gegen die Biologie also macht man möglichst gar nichts ja wenn der Patient ja weiß dass das in ein paar Wochen oder Tagen oder Wochen oder zwei Monaten wieder in Ordnung ist dann braucht er ja auch nichts machen dann sagt er nö nö das halte ich ja gut aus ich weiß ja wie das läuft und das macht mir nichts das halte ich ja durch ja es war ja immer die Panik die die Patienten umgebracht hat ne wenn sie wissen was da auf sie zukommt dann ist das nicht schlimm deshalb in der Neumizin überleben fast alle noch letzte Frage in diese Runde Konflikt also alle erleben viele Konflikte zum Beispiel in Russland hunderte tausende von Konflikten bei dieser Krise also kann man erwarten in ein paar Jahren und Monate einige Wachstum von Krankheiten und die Frage ist also wie würde sie diesen Konflikt definieren und warum einige Konflikte bringen keine Probleme und einige sind so also wir unterscheiden dazwischen Problemen oder früher haben wir psychologische Konflikte dazu gesagt also das sind die Konflikte die wir so normalerweise dauernd haben ja Stress und auch diese Konflikte wo wir also schon wissen dass eine Sache auf uns zukommt und wir können uns schon ein bisschen vorbereiten darauf und dann kriegen wir also keinen keinen biologischen Konflikt wenn wir aber eine Sache nicht vorher wissen und die uns auf dem falschen Fuß erwischt dann nennen wir das einen biologischen Konflikt und dieser biologische Konflikt der setzt sinnvollerweise in dem Moment wo wir auf dem auf dem falschen Fuß erwischt werden sofort ein sinnvolles Sonderprogramm in Gang mit dem diese diese Patzer wieder ausgebügelt wird das ist der Sinn und wir haben das nur nie verstehen können wir haben immer gesagt gedacht da ist was Bösartiges im Gang das war aber gar nichts Bösartiges sondern das war was sehr sinnvolles und wir hatten ja nie diese Verbindung mit diesem Konflikt und mit den mit dem mit den Organerkrankungen oder Veränderungen sagen wir lieber herstellen können und deshalb hatten wir alles als Bösartig bezeichnet und unsere Pathologen und Kliniker auch und das war Unsinn gewesen das war einfacher Unsinn die Mutter Natur macht nichts Unsinniges sondern sie macht nur sinnvolle Dinge und wir kleinen Zauberlehrlinge hatten das nur nicht verstehen können können wir jetzt zur dritte letzte Runde also Slowakei du bist ich meine erste Mal in Slowakei oder schon zweite Mal eine Woche vorher also schon da also wie kannst du sagen über diese ein paar Tage hier und warum gerade Slowakei und was erwartest von uns oder was könnten wir für diese Sache also die Slowakei hat mir sehr sehr geholfen du insbesondere und einige Kollegen von dir und dafür bin ich sehr dankbar und bedanke mich auch an dieser Stelle nochmals aber wir haben ihr habt mir die Möglichkeit gegeben was bisher alle Universitäten verweigert haben alle Universitäten nämlich redlich an nächstbesten Fällen wir haben sieben Fälle untersucht zu untersuchen ob die fünf Naturgesetze der neuen Medizin wirklich immer zutreffen also in Hunderten von Malen wo wir das abfragen können also immer zutreffen ausnahmslos zutreffen und wir haben festgestellt das war der Fall und ihr drei die unterschrieben habt also du als Pro Rektor dann der Dekan der medizinischen Fakultät und der Vorsitzende der Kommission der Psychiater Dr. Bugadi Ihr habt also unterschrieben redlicherweise jawohl die Sache wurde untersucht nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten du bist ja Mathematiker Naturwissenschaftler die wurde nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten untersucht es war in Gegenwart einer großen Anzahl von Klinikern also der Dekan ist ja Onkologe und ihr habt festgestellt jawohl diese fünf Naturgesetze sind immer anwendbar gewesen und es gab keinen Fall wo also irgendwo ein Faktum nicht mit den Naturgesetzen übereingestimmt hätte ist richtig ja und sie mal jetzt habt ihr diese Sache unterschrieben ich halte es mal in die Kamera ja ja Ihr habt nun diese Sache unterschrieben redlicherweise und nun ist natürlich vielleicht haben das nicht alle so bemerkt wie deine Kollegen das ist eine Revolution es hat zwar schon eine Reihe von Überprüfungen gegeben 50 bestimmt schon aber es hat nie eine Universität in der gesamten Spitze der Verantwortlichen unterschrieben jawohl die Sache ist korrekt geprüft worden und sie stimmt das ist ein Novum und die Universität hat es neunmal nicht gemacht die Universität in Tübingen ja sie haben immer nur gesagt wir wollen das nicht prüfen sondern wir wollen nur dogmatisch sagen das ist nicht Schulmedizin aber ich meine unter uns Naturwissenschaftlern ist das kein Argument sondern auf der ganzen Welt das weißt du so gut wie ich gilt in der Naturwissenschaft nur die Reproduzierung am nächstbesten Fall als Beweis ne und je nachdem also man kann also je nachdem wie viele Fälle man braucht um das zu verifizieren wenn man 100 Fakten abfragen kann bei jeder sogenannten Erkrankung oder Sonderprogramm dann ist man schon nach zwei Fällen auf astronomischen Werten der Wahrscheinlichkeit auch korrekt ne ja und wir haben nun also sieben Fälle mit über 20 Sonderprogrammen abgefragt also wir konnten 2000 Fakten abfragen ja das ist also so fast ne 1500 abfragen also das ist astronomisch also das ist gar nicht mehr berechenbar für normalen Menschen ne mit dem Computer geht das ja mit dem Computer geht das noch mit ja aber verstehst du jetzt sind wir nun in dabei und nun haben wir eine neue Medizin eine jetzt haben wir zwei Medizinen eigentlich ja die eine ist naturwissenschaftlich reproduzierbar sie ist also naturwissenschaftlich diese neue Medizin und die andere Medizin ist nicht reproduzierbar sondern nur Dogmatik nur Dogmen aber nur Hypothesen tausende von Hypothesen wenn irgendwas nicht stimmt wird eine neue Hypothese schnell gemacht dann sagt man ja man geht davon aus das ist vielleicht ein Co-Faktor oder ein Co-Enzym oder es ist vielleicht ein Co-Bakterium oder ein Co-Virus oder irgend sowas oder ein Slow-Virus oder irgend sowas also man nimmt dauernd Hypothesen wie so ein Winkel-Advokat der dann immer neue Fummeleien macht nicht so macht man das in der Medizin auch das ist keine naturwissenschaftliche Medizin gewesen diese Schulmedizin die kann man vergessen und nun haben wir die neue Medizin und nun ist natürlich die ungeheuerliche Sache was müssen wir machen das ist eigentlich gar keine Frage sondern wir müssen den Patienten so schnell wie möglich die Chance geben ihr kleines Leben zu retten den Patienten die also erkrankt sind und für mich als praktisch denkenden Menschen sind alle Patienten die da im Krankenhaus liegen unsere Nächsten denen wir vor Gott helfen müssen ja wir dürfen nicht warten bis die sterben gestorben sind und sagen naja dann warten wir noch mal ein bisschen ein halbes wir haben jetzt die Verpflichtung unseren Patienten zu sagen wir haben eine neue Medizin geprüft als richtig befunden und nun wissen wir dass du zu 95% überleben kannst und wir wollen dir diese Chance geben das sind wir verpflichtet allen Patienten zu sagen und ich hatte ich habe mich ja erboten euch dabei zu helfen ihr könnt dieses Angebot annehmen oder nicht aber wir alle müssen jetzt was tun auch 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 du auch wenn du nicht Mediziner bist es geht nicht um Mediziner oder nicht Mediziner wir alle sind sind vor unserem Gewissen und vor Gott verpflichtet jetzt sofort was zu tun denn das ist eine Verpflichtung die wir jetzt haben nehme das auch so an und verspreche das wirklich werden diese Geschichte bei uns nicht verkossen und wir werden weiter arbeiten wahrscheinlich eine kleine Klinik oder Abteilung wo kann man damit wirklich aus der Praxis etwas machen kann ich meine letzte Frage stellen also das ist wahrscheinlich ein bisschen eine philosophische Frage wir haben wir haben 40 Jahre im Kommunismus gelöbt jetzt 9 Jahre in Freiheit so genannte aber sehen wir dass auch dieser Kommunismus auch heutiger Kapitalismus schief geht dass beide Titanic gehen zugrunde und Menschheit geht weiter zum Jahr 2000 und es sind so viele Probleme immer mehr und mehr dass manchmal Leute sehr passiv und also enttäuscht als alle diese Entwicklungen sind also meine Idee ist dass ohne Gott ohne Moral ohne Rückkehr zur Moral ohne geht das nicht und funktioniert auch Sozialismus auch Kapitalismus nicht und also dort ist eine meine Hoffnung dass wahrscheinlich nur diese Zivilisation kann die Zivilisation kann nur solche moralische neue Perspektive also wie wo siehst du ja also ich bin ja Theologe also ausgebildeter Theologe bin aber in keiner Kirche der Konfession und ich muss sagen seit ich die neue Medizin kenne mit ihren Wundern die sie bietet uns Menschen also dass wir das erkennen dürfen dass wir sozusagen durch Schlüsselloch schauen in die Werkstatt unseres Herrgotts seitdem glaube ich wieder nicht konfessionell nicht im konfessionellen Sinne sondern ich bin seither wieder ein tiefgläubiger Mensch der diese Wunder nicht hoch genug bewundern kann und ich danke dir dass du diese Frage gestellt hast es ist so wundervoll mit dieser neuen Medizin zu arbeiten sie verändert wird die ganze Welt verändern es gibt da keinen Kapitalismus und Kommunismus mehr sondern ist diese die Menschen rücken sehr eng zusammen überleg nur du kannst mit einem Wort was du einem Menschen sagst diesen Menschen umbringen ja und du du weißt in Zukunft dass du das nicht machen darfst sondern du musst behut sein mit ihm umgehen ja und der dieser Patient der also einem Arzt zum Beispiel sein Vertrauen schenkt dem und ihm die tiefsten schlimmsten Dinge beichtet die er erlebt hat ja es ist unmöglich einen Patienten zu sagen so und das macht jetzt so und so viel Geld gib mal so und so viel Geld dafür her und und das ist alles fürchterlich fürchterlich gleichzeitig ist die ganze Welt sozusagen zusammengerückt wir sind wir fühlen ja dass wir vollkommen vernetzt sind mit dem gesamten Kosmos mit allen Tieren mit allen Pflanzen wir können wir können keine Tiere mehr schlachten und mit 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 Wagen quer durchs ganze Land transportieren diese armen Tiere denn wir wissen dass die Tiere genauso eine Seele haben wie wir dass sie denken können wie wir dass sie dass sie Angst haben können fühlen wie wir ja auch die Pflanzen denken und fühlen wie wir wir sind völlig eingebettet in diesen wunderbaren Kosmos in diese in diesem göttlichen Kosmos und ich glaube auch dass es keine Religion keine ernst zu nehmen Religion mehr geben wird in Zukunft die sich leisten kann diese fünf biologischen Naturgesetze der neuen Medizin nicht zu berücksichtigen eine solche Religion wäre völlig unsinnig ja und die ersten Religionen sind bereits dabei diese fünf Naturgesetze in ihre Glaubens ja Doktrinen oder Dogmen aufzunehmen und ich glaube dass die die gesamte Welt eine revolution eine friedliche Revolution erfahren wird durch diese neue Medizin die neue die alte Medizin die war sowohl Kommunismus als auch Kapitalismus Sackgassen Totgeburten eigentlich ich meine dass das alle dass die die wenigen Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden im Kapitalismus oder in diesem Kommunismus dass das das alle nur noch von von irgendwelchen Bonzen da regiert wurden beides ist absolut unlebbar aber in der neuen Medizin da haben wir eine eine wunderbare Perspektive weil die Menschen gegenseitig sich verstehen können sich respektieren können auch die Tiere respektieren können sogar die Pflanzen respektieren können dieses furchtbare Gefühl dass man die Tiere nur als als Sache betrachtet hat mit der man machen darf was man will man schlachten quälen darf die Pflanzen betrachtete mit denen man machen durfte was man wollte das hört auf einfach das hört natürlicherweise auf ja wunderbar Herr Doktor vielen vielen Dank und wir hoffen dass wir treffen wieder einmal hier in Breitslaue und für längere Zeit dass du wir hier arbeiten und für Menschheit eine schöne Perspektive zu bauen vielen Dank ja ja dann Die Kirche 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 Musik Musik Musik